Norddeutscher Rundfunk 2021 Oh, das ist mein Termin. Oh, boi, boi! Boah, nicht deine Energie! Okay, okay, das ist ein Kerl, aber steh um kurz. Hopp, kaputt. Prende auch ein Kaffee. Ja, senza Energie, vor der Gräf des Chavignon Kaffee hat sich hier ein Kabel. Aber es heißt, es muss auch mehr die Kapien präminieren, die Energie heute zum Beispiel. Energie ist eine gründezza physikale, fondamentale, cioè eine Rolle zentrale in totes Partes de la Physica, Chemie, Biologie... Hallo! Vai! Und wir haben diese intellektuelle Lunger Russen, welche meine Schmerzen über die Töne schmerzen. und wir haben die Kaffee gemacht. Okay, 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 das ist gut. Ist es gut? Jean-Carlo? Ja, das ist gut. Das ist gut. Und hier ist eine große Energie. Das ist eine große Energie. Die Idee von Joel ist, wenn man sich die Kaffee auf der Erde trittet. Ah ja! Au! Du sagst! Energie kommt jemanden zu, und mit der Gräf des Gräfes. Energie ist eine der selten, aber sie kann sich auf die Formen ein bisschen wie ein Pokémon. In unserem Beispiel mit Joel ist eine Energie in Form von Bewegungen, genannt. Energie kinetische. Und vor allem, hat Joel Krodeon-Bosch nur eine Energie, nämlich die Potenziale, mehr in der Gräf des Gräfes, und mehr in der Gräf des Gräfes, mehr in der Gräf des Gräfes. Ein kleiner Moment später ist die Potenziale in die Energie kinetische. Und Joel Krodeon. Wir wissen, dass wir zwei Formen von Energie sind die Energie in Bewegungen, genannt. Und die Energie in Bewegung, genannt. Energie potenziale. Wir schauen aber weiter. Es gibt noch zwei andere Formen von Energie. Eine, die von der Zür, die Energie elektrische. Die, die muss man auf dem Bildern, auf dem Telefonen, oder mit dem Krode. Aber wir schauen, zu kuchen. Und deswegen, wir schauen noch etwas über die vierte Energie. Die Energie von dieser Energie, genannt. Energie thermische. Energie wird in unserem Welt in unterschiedliche Formen wie Bewegung, Energie, Elektrische und Kraft. Für Giancarlo, nur mehr Energie kann man auch einen Elektroschock machen, füllen 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 Bien. Wir haben uns noch ein und wir haben viel Energiepotenzial. Aber wir haben in diesem Moment auch schon in Bambia. Ich glaube, dass wir auch viel haben. Vielleicht können Sie einfach kombinieren die Energie. Energie Potenzial in Formen, Energie thermische in Betaflöme, Energie elektrische in Telefonina und Energie kinetische in Skateboard. Ich glaube, eine Idee. Wir kombinieren welche Formen d'Energie. Ronja sind mir der Format da. Sie sind ein Skateboard. Die Musiker der Daul. Äh, kein Film. Wir haben auch schon Ronja, wenn Sie hier in Energie probieren. Die Musiker in Energie ist Die Energie ist hydraulische hydraulische die Energie in Walson Piedr. Auch wenn Minchon produziert in Masse Elektrizität. Hallo, Gerold. Ciao, Ronja. Wenn Sie Chef der Zentrale zur Freire Declaranus finden, welche Energie potenziale oder Energie elektrische? Ja, in Medi Rechnos man grata Marai, wir sehen uns guter. Aber jetzt, die Hüsterbücher befindet sich in der Hüsterbücher. Wenn wir hier die Hüsterbücher befinden, dann kommt die Länge der Pressie, die Generatoren. Hier ist eine Porta, die wir hier sehen, und dann kommt die Turbina. Die Turbine verbindet sich mit den Energien und die Elektrizität. Das ist ein Modell der Turbine. Die Turbine verbindet sich so großartig oder so großartig. Die Turbine verbindet sich mit den Energien. Die Turbine verbindet sich so großartig. Ist es nicht so großartig, das ist es. Die Turbine verbindet sich so großartig. Wir haben die Turbine verbindet. Hast du das? Du hast es. In der Zeit, 20 ml Saue per Sekunde, wird die Turbine verbindet. Wir produzieren 2,4 MW mit der Generatur. Schau mal, lass uns die Hose, lass uns die Hose, lass uns die Hose. Wir haben einen mega coolen, großen Fisch. Guck mal, tschüss. Äh, außer mir rein, schön, dass ihr möchtet, weil ich sprach. Du und Giancarlo. Wie gut? Wie gut? Giancarlo! Grazie a tutti, Roni. Ich brauche meinen Beiber-Milk-Café. Ah! Pfff! Ah! Es ist nicht von mir. Es ist fast, dass du meinen Schwarz hast. Ich weiß nicht, wie er hier ist. Ich weiß nicht, wie er hier ist. Nein, der Elefant. Er ist der Mür, klar. Aber hast du gesehen, dass er der Mür in der 50-11 ist? 50-11. Das ist eine kleine wanderer Romanz. Hunde weiter. Zum Jubiläum der 50-11 wird uns 50 Videos der Mür verwendet. Die Prämie werden die Verkaufnahmen verwendet werden, die diese Texte verwendet werden, indem sie in London mit Elin verwendet werden. Für diese Arbeit, Elin empfiehlt sich auf den Bläheren Sachen, in Dünnäada. Hier ist der Text zur Miran. Hier ist der Video des Episodes. Hier ist der Original-Vox, der Original-Vox. Hier ist der Mikrofon für meine Vox. Für Elin, du bist ein bisschen. In der nächsten Zeit, du bist ein bisschen cooles. Grundes und Piches. Nein, aber es ist ein bisschen. Ein bisschen in den Schirmen. Hier bist du ein bisschen. Bei der Vox von Elin. Klär und Bain. Werer, Tidler, Leer ... ... und Dischcoörer. Aber hier ist alles in Dünn. Die größte Schirme des Episodes für die Miran. Für mich ist der Timing, der in den letzten Momenten, der in den Schirmen ist, und der in den letzten Momenten, der größte Schirme in London. Die größte Schirme. Ich bin ein bisschen auf den Zeiten. Aber auf der ersten Zeit, die ganzen Titelsen sind schon fertig. Die ersten longtemps, wie wir wie in den vergangenen Episodes sollen, und wie bei den Titel und Händen gemeinsam, und wie bei Flüchtlingen den wennel ihr achtet im alten Video. In der ersten Zeit, wir müssen die nächsten Umgebung in den ganzen Zeiten zu den Romanen Grijün. Ein guter Fosse ist schon ein Stall, wenn es zwei Energie ist, aber auch schon meine Schwarz. Für die Bienen mit der Kasse, Top und Leute.